Herzlich Willkommen zurück, Leute! Neue Run-up CSGO! Heute mit Items Alex, Kunran und Vex, dem Bob. What up? Guten Tag! So, Hodda hat letztens gut geliefert, wir hatten zwei gute Matches, ja. Okay. Jetzt bist du dran. Ja, mit Gleichlichkeit. Am besten mal hatte ich 30 Kills, ja? 30 Kills? Ne, ich glaube 28, ist egal, ja. Naja, 40. Du hast 70 geschafft. 40. Ich hatte alle Kills. Alle! Ja, kommt was? Wo kommt was? Ich habe keine Nails, ich habe nur Kettler. Auf dem Weg. Bombe noch nicht gesehen. Ich kassiere Headshots ohne getroffen zu werden. Ist zurückgegangen? Ne, einer ist raus. Hinter der Bank. Bank, 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 Bank. Moment, ich hab das ja. Soll ich nicht rausspringen, ist das okay. Oben noch, Vex? Ja. Bombe ist da auch in der Bank. Oh, runtergesprungen gerade. Der ist doch runtergesprungen oder nicht? Hä? Der ist da Vex. Da Vex ist runtergesprungen. Der Ninja. Ich hab, das würde ich, an die Leute, die das Video jetzt gerade gesehen haben. Okay. Wie habe ich zwei Headshots kassiert ohne, also der Headshots Sound war drei Meter neben mir. Ich wurde bei mir auch kaum so Hitstun mäßig getroffen. Ich habe einfach den Headshot Damage gekriegt. Magie. Kann man hier blocken? Den Typen? Kommunikation blockieren. Oh, der nächste fängt auch direkt an, Alter. Einfach Scoreboard rechtsklick, oder linksklick muten und dann auf alle anderen Leertaste. Ist ja auch ne gute Copypass. Ist ja auch ne gute Copypass. Ach, das stimmt. Wenn der nachher reportet und dann ist der weg. Der ist ja weg, weil der zu viel gespabbt hat. Der ist ja auch gebannt. Kannst du mir das glaube ich nicht mehr chatten, oder? IP-Band. Der hat heftige Stapel ist. Der Slow. Nein! Er hat noch 1 HP. Der ist super komisch. Auch schon im Warhammer. Der hat 3 HP. 3 HP hat der. Der ist zurückgegangen. Oh, er könnte meine Waffe gepickt haben. Ne, er hat er nicht. Die ist gerade zu Items geflogen. Das war nur... Der ist keiner. Was hattest du für eine Waffe? Eine Shotgun. Okay. Swag. Das war jetzt kein... Wie viel hat deiner Wax an HP? 50. Okay. Einer richtig low, einer fast und einer voll. Aber der eine ist strange. Mitte Steps. Bei Kundran. Der direkt weiß ich hier umstehe. Kundran. Kundran. Und die gepustet. Können jetzt Jungle rein. rauskommt. Jungle raus. Ja, das ist er. Hier gib mir den Hit. Da! Alex hat auch den Hit gekriegt. Ah, lol. Ja. Als ob er hinterher zieht und da einen trifft. Als ob er so eine Latenz hat, wo es 20 Minuten später ist. Genau. Also Alex hatte bei mir grad auch diesen Hit gekriegt. Aber der erst irgendwie eine Stunde später angerechnet wurde. Hm. Ja, die müssen alle ein bisschen mehr Sanya essen. Kennst du noch diesen Hexen, den wir uns mal angeguckt haben? Ja, aber ich glaube er hat nen Aim-Bot. Okay. Wer von denen? Der Dark Stoker. Der ist doch. Der ist doch. Werde mir jetzt einfach nen One-Tap verpassen. Oder er verpasse mir einen. Steps. Mindestens zwei Leute. Flasch. Einem zu mir in den Flasch geworfen. Wagen nicht meine. Wagen nicht meine. Wagen nicht meine. Wagen nicht meine. Aus dem Fenster raus. Ja. Drei oben noch. Bin down. Drei Leute mindestens B. Vier Leute B. Okay. Na geht doch. Hallo. Hallo. Okay. Ich hab drei geholt. Letzter am Spot. Bank. Hinten links. Bank. Rush in. Hinten links war das aber auch grad so mit dem Zaun. Ja. Bei mir gerade auch. Ich hab auch irgendwie nur 100 FPS wenn ich euch zuguck. Irgendwas kaputt hier auf den Servern? So war es bei mir immer. Dass ich 100 FPS hab wenn ich anderen Leuten zuschaue. Aber selbst hab ich 300 wenn ich spiele. Thunder Strike muss einfach nur mal überarbeitet werden. Das Spiel hat ja wirklich. Es ist nicht schön. Ja. Also grafisch oder so. Da ist mehr drin. Game. Da weißt du was der Ramp ist. In Cases. Da war's Ramp. Da kommt einer. Underground auch fast in Backs. Ja. Also ich hab früher. Er hat mir schon wieder durchgefasst. Er trifft immer. Underground ist der Down. Da war noch einer. Der ist glaub Back gegangen. Ja. Auf jeden Fall noch einen der hier rumsteppt. Vor Abs. Aber naja. Ich hab ihn ja nicht reported. Ich hab das nur im Blick. Der Triggerfinger ist auf dem Report Button. Der Triggerfinger ist auf dem Report Button. Er ist immer noch da oben Items. Wir müssen mal den Platz haufen. Nein! Wieso piekt der denn jetzt? Ja natürlich. Ok. Der kommt glaub ich ja. Der Underground kommt jetzt gerade. Verschieben vielleicht. Gehen einfach. Verschieben. Ja Steps B. Also oben. Sind jetzt. Er ist runtergekommen. Einer ist runtergekommen. Entschuldigung. Ich hab grad nichts. Oh Gott. Geh. Bin ich da fest auf einmal. Hat jemanden Mitte noch? Ne noch. Ne. Jetzt oder? Halb. Na Underground geht nicht. Das hat gut funktioniert. Movement Krippel ist am Start. Ok. Also die sind irgendwo zwischen T-Spawn und. Bei mir. Nein. Quatsch. Wo kam denn der? Das können meine Steps gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich hab den Holz Step. Ok. Das schaffen sie eh nicht mehr. Aber was. Ok. Die haben vielleicht Becks Waffe wenigstens gesaved. Zweit. Eine Waffe. Ja Respekt. Na ja. Anstatt halt beide zu verlieren. Vielleicht hat einer gekauft. Bei mir waren sie. Action. So. Alles klar. Ich hole mir jetzt eine auf. Hallo ich nehme jetzt eine Flash mit. Für den Fall der Fälle dass du gleich was sehen willst. Vergiss es. Ja. Mach zu null. Ich gehe jetzt einfach mit dem Train. Nein. Oлин. Und mit ist gesmoked? Da kommt was. Die ist da einer drin oder? Ja. Oh meine Nate war richtig. Werf eine Brand hoch. O установ ist keiner durchgekommen. Ja. Ne es laggt einfach nur. Das ist das Problem. das merke ich beim schießen manchmal sozusagen kommt die animation der waffe neu einfach ganz normale lags deswegen sieht das alles so komisch aus was der hell ich glaube einer ist oben drin ich bin mir nicht sicher wo ich war pass auf jungler auf meine ich ja jungler raus schon bei dir kunran was ist der dark stalker kommt mehr bei mir aber ja kein bock mehr action ist auf ja action habe ich auch noch mit du bist saved erstmal soll ich vom spot runter und zu euch kommen die können ja immer noch b gehen die sind aber jungler schon drin bedeutet die können market kommen nee das nicht überall hingehen außer auf a action das kommt aus mit oder echt dann ja er ist immer noch viel jungle drin mit der awp ja mitte geht underground es legt aber ich habe ihn dafür ja sind schon treppe wer ist denn da ach lila steht tetris die sind beide action raus da treppe bei kundern nicht blenden oder wunderbar wunderbar ich dachte du stehst da wo er ist und deswegen wollte ich da einfach raus ja das ist ungewöhnlich hallo willst du eine gute waffe haben nee 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 mit denen mit dem blamen würde ich keine sniper spielen nee ich habe eine s deswegen jetzt kommt die verheuersage die werden in der vierzehnten runde voll rein hacken nee ich glaube es ist das server problem das was alles so komisch aussehen lässt ja aber die spielen ja auch komisch auf zeit also weißt du wie ich meine so merkwürdig von der sache vielleicht üben die underground wächst ja taktiken für im turnier underground hat hit oh fuck it nein ist connector frei ja das war auch cheat mitte oben habe ich gerade was gehört aber ich sehe nichts doch mitte oben steht einer ok ja und ich habe ihn 3 2 1 genau den moment anzuspringen was für einer ey ich hoffe er nicht mal waffen das ganze ist ja keine ad a dark stalk hattet mich gerade als freund der wird von dir doch lernen 5 euro paypal me for heck hat er geschrieben mhm, 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 mhm oh jetzt würde ich auch machen würde ich cheat verkaufen hahaha den brauchst du doch gar nicht grenade also für eurenn aids da ist aber was ja könnte aber was sein ich habe einfach was minus 46 meine negev sinds bot gehäumt also helle ist minus 46 Einer ist vor B. Einer ist schon aufm A-Spot durch. Einer ist schon aufm Spot. Zwei aufm Spot, drei aufm Spot. Oh oh, oh oh, da ist er. 90 in 4. Er hat mich kurz zerstört. Das Spiel läuft einfach echt. Seit dem Windows-Update spinnt fast alles. Windows-Update sowieso. Seitdem habe ich nur Probleme. Also, ja, ja. Ja, genau. Wir müssen spielen. Also Fortnite zum Beispiel läuft weiterhin genauso gut wie vorher. Das Windows-Update, da bin ich von CSGO auf 80 Frames gedroppt. Da ist was. Ja, genau. Wenn ihr keinen Spaß habt für Updates, könnt ihr auch keine machen. Underground aufpassen. Ja, er hat noch 12 AP. Da kommt noch mehr, Dalu. Da kommt bei uns was. Er fängt auch hier durch. Flash kommt. Ne, ist keine Flash, ist eine Smoke. Ich hab noch eine Flash. Der eine war mit 12 AP, Underground. Oh, ich hab gleich nicht gesehen, dass das Code war. Okay, läuft bei ihm. Ich lass jetzt A liegen, ne? Ja, ich bin eh gerade A durch. Ja, ja, deswegen. Du pettest halt nicht. Aber die gehen gerade A rüber, wie es aussieht. Ne, drei Stück sind B-Apps. Ich glaub, die wollen also fliegen, oder? Gehen die Richtung? Ja. Da kommt was. B-Apps, zwei, drei Leute. Bombe ist B. Vom items. Ich hab ihn nicht down. Ich hab ihn nicht mal richtig angegriffen. Einer müsste schon raus sein, Alex. Ach, der eine wartet natürlich nach hinten. Der, ich glaub, der sieht dich. Der, ich seh ihn nicht. Ne, er ist ja hinter dir. Der letzte war oben. Oben. Jaaaah. 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 Wenn die Server jetzt noch vernünftig gehen würde, dann wär's schön. 88,4. Meine Waffe schießt immer doppelt. So, als ob sie zwei Schuss auf einmal macht. Äh. Selb, ich hab mein Ausredenbuch. Echt? Dieses Waffen, äh, diesen Rückschlag, der doppelt kommt? Äh, nicht so ganz. Aber, ich war da auch schon. Move it, move it. Haha, ich war da auch schon. Dann wir in der Ecke. Ja. Throwing a grenade. Throwing fire. Oh oh, oh oh. Komm bitte. Äh, nichts. Einer kommt. Oh, geht doch. Wird der Underground sein. Ja, der mit oben steht. Oh Gott, die Flash. Wo ging der? Wo ging der hin? Wo ging der hin? Ich glaub, sein Maid sagt ihn gerade an. Also. Jetzt komm, sag. Einer schreibt zwei Mittel und zwei Apps B. Jo, 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 jo. Nee, 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 nee. Hast du das denn gesehen? Der, den face ich nicht. Okay. Ich gehe genau auf meine Position mit David fähig lassen. Einer ist direkt vorm Window. Der ist down. Einer! Der oben, hast du den auch noch? Hey, schon wieder die Waffe ist von mir drüber. Einer von B, Alter. Warum hab ich ja 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 ja. Oh, gewirrt ey. Oh. Ja, B-Spot gehen sie jetzt alle. Dann reiß mal was. Ja, du hast eine Legal und zwei Gegner. Kommt gerade. Apps. Ja, ja. Aber da muss doch auch noch schon auf dem Spot sein. Nee, nee. Der andere ist oben, bitte. Mach' n'n Frank-Movie. Mach' n'n Frank-Movie. Für n'n Frank-Movie brauchst du aber mindestens einen. Ja, das ist ja okay, ja. Danke. Auf A. Mit dem schönen Messer musst du auf jeden Fall Skills machen, ja? Jetzt. Das Messer hab' ich schon mal Linking Park leicht anlaufen lassen. Trollingshinnn. Ja? Und weitergehend. Bummst. Ja. Das war der Fall. Das war der Fall. So. So. Also wir eco'n? Ja, eine eco'n. Okay, alles klar. Oh, ich bin so kurz davor gewesen mit dem Scout zu kochen. Ja, ja, können wir machen. Sollen wir rein oder sollen wir halten? Wir haben bestimmt mit dem One-Tappen. Der steht da schon, doll. Da kommt. Da kommt. What the shit. Ja. Von vorne. Da kommt mehr. Da kommt bei dir und bei mir. Das ist nicht das optimal Szenario. Flash kommt raus zu mir. Oh fuck. Links und rechts. Läumen in der Necke. Wurde gesandwiched. Auf A stehen sie. Eps ist da noch einer. Eps ist da noch einer. Jaja, aber Eps ist halt immer noch einer, der mit uns später. Kommt da. Zwei Leute Eps. Ah, da ist die Bombe, Dalu. Ja. Fuck. Einer hat noch 15. Sind schon durch am Spot. Da sieht auch gerade wieder komisch aus bei Dalu. Kein Schuss. Ah. Das war ein HEQ Fake, ja. Eieiei. Mit dem Wind? Mit A und B. Jetzt, jetzt hat er mich auch geedit. Warum edit er mich nicht? Hallo? Ich will auch Teats kaufen für 5 Euro. Er ist nur den. Achso. Der geht von unten nach oben durch. Ah, okay. Deswegen hat er vorhin Dalu geedit. Ja, ich würde sagen. Hahahaha. Items? Du weißt, was passiert, wenn du jetzt nichts machst. Oh nein, ich hab's gebraucht. Okay, jemand ist hier. Wenn ich was? Du weißt, was passiert, wenn du diese Runde stirbst und nichts machst? Dann bin ich James Cat. Hier ist keiner. Diesmal. Die schießen sich gerade. Underground ist einer. Was waren sie? Oh. Oh mein Gott. Fuck, 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 fuck. Einer ist... Einer ist... Einer ist Richtung Jungle. Das hat gut funktioniert. Au. Einer ist Richtung Jungle. Das hat weh getan. Ja, ja, ja. Der ist unten Jungle. So. Also William. Hast du was Coos gesehen von dann? Hast du reingeguckt? Äh... Können Höchsten noch genau davor stehen. Die Nate, die gerade Kitchen explodiert ist, war nicht von uns. Alter, natürlich. Er... Wusste er, dass du von hinten kommst? Ja, er wusste es. Ja, er wusste es. Ja, ja. Und ich hab keine Steps gemacht. Ich hab pre-fired? Nee, pre-fired nicht, aber er hat schon hingeguckt. Ja komm, jetzt ist er wieder da. Okay, Mitte zwei, Mitte drei. Ja, Flash kommt raus, nach Mitte. Ich bin gemollied, ich muss hier weg. Jetzt bin ich Tee. Ja, ja. Okay, da war einer in Jungle und einer vor Window, so wie es aussah. Aber ich kann euch nicht safe sagen, dass du es nicht anlässt. Alter, come on, ey. Toll. Ich hab' im Bild eingebrannt gerade. Ach. Alter, weckst du die Hölle bei mir da, wenn ich da gucke. Du spielst es ja auch. Ich muss bei der Treppe immer, immer wieder an Welcome to the Clutch denken, an dem Moment. Aber schon krass. Ja, ja. Wir kaufen doch mal. Okay. Ja. Ich muss den Scout kaufen. Komm, Items. Wie kann man da nicht versehentlich nen Tater kaufen so oft. Hey, ich bin James Bond. Nice. Items, wir müssen jetzt hier langsam mal was reißen, ja? So wird der Spot ohne die Frauen wahrscheinlich. Da kommt was. Da kommt was. Bei Items heißt es auch, nicht geschüttelt. Sondern frittiert. Ok, die Flash, die Smoke kam. Ja, er steht da oben. Und aus der Dose. Grenade out. Ja, hier sind Steps. Action 2. Ich kaufe, ich kaufe wer? Ne, einer. Nein, 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 die stehen nur, die snipern da nur. Jetzt. Ja, nur Spaß. Der ist schon weiter vor. Siehst du mich an? Ja, kommen zwei durch. Oh mein Gott, bin der schon durch? Der Middle ist jetzt nicht unser, ne? Eine Connector und einmal Mitte. Ich wurde angeschossen mit der Slip. Ja, ja, die sind auch schon weiter vorne. Einer ist low. Haha, da fährt er mich. Na, der mich auch. Ich habe wieder gegeben, aber nichts gebrochen. Wunderbar ist irgendwo eine AWP noch. Ja, ich gucke, ob ich hier von hinten kommen kann. Was hast du denn gegeben? Einer hat noch 30 gehabt, der andere 50. Ich glaube, die Bombe liegt Connector. Das habe ich gegeben. Ne, scheinbar nicht. So viel dazu. Wo ist denn der hier hin? Elfen, zwei. Wo denn? Der war auf dem Car. Hat durchgesnappt. Durch? Durch das Auto oder was? Nein, der stand auf dem Van. Der hat dich angeklotzt. Der würde in die andere Richtung springen. Der rennt einfach woanders hin. So, Conanis. Der darf für eine Bombe weg und dann wieder zur Bombe hin. Ja, der kann eine Waffe trocken. Kann eine Waffe trocken? Kann eine Waffe trocken? Kann eine Waffe trocken? Kann eine Waffe trocken? Ne, komm, hier. Wir kommen richtig. Da liegt eine M4. Hier ist für blau. Ja, obwohl ich kaufe 5 bin, aber okay. Wir haben alle Waffen, ist doch gut. Na ja. Hier schon bitte. Mit Respekt. Da kommt keiner mehr. Finde ich gut. Einer geht wieder zurück mit, äh, Underground. Einer kommt aber auch oben mit den Apps. So ist aus, äh, der ist schon durch. Fuck. Ja, der hat auf dich geschossen. Ey, ich bin down. Oh no. Okay. Nice. Bumbe irgendwie. Waren nicht mehr, oder? Waren nur eine. Noch einer steht da noch, ganz hinten drin. Oder der, okay. Putz ist was, oder? Ja. Unten steht einer, der hat noch 900p. Mitte. Ach. Ach. Ach, das ist er. Schon wieder, Leute. Zwei leben. Das suckt. Ha. Mitte. Durch. Kurz. Also, jetzt kurz. Also, jetzt kurz. Abwehr. Ach, K. Ja, am K. Links würde dann ein Kit liegen, im Zweifel. Das ändere ich nicht mehr. Ach so. Ich kann mir keine Waffe leisten. Alex können kaufen. Ich meine ich muss eigentlich auch wegkönnen. Ja wir sollten aber auf 2k runter kaufen. Hier ich habe nur eine Waffe gedrofft. Die liegt da. Hä? Hä? Da waren eines doch auf der Metallplatte drauf. Ja das habe ich aber auch öfter. Achso. Das ist die Platte. Da steht wer? Der Sniper. In der Mitte steht er. Aber er hat auch den Vorteil dass das Spiel mich ausgepackt hat. Ich bin gesmogged. Er ist schon in den Connector rein. Einer ist schon oben. Down. Ja der hat leider mehr Leben. WTF ey. Die Typen erfst du ab ey. Auf B ist gefallen. Ich gehe zurück und warte. Warum müssen wir die Arme spielen? Ja ich muss ihn nur abknallen wenn er noch mal kommt. Kannst du dann wieder Mitte defen oder so? Ne. Ich habe halt einen MP momentan. Meine Items. Mitte ist schon durch. Die könnten kurz kommen. Ja. Ist hier nicht. Ich nehme die AK und gehe rüber. Ne bleibt doch da. Deck doch das. Steht kurz hinter der Säule. Hier. Angeschossen. Das ist zu. Loll. Einer Küche. Letzter. Letzter Küche. Schön. Wunderschön. Ich habe einen ganz komischen Sprung gemacht. Letzte Runde. Ich wollte jetzt ungerne Short gehen mit dem MP. Mein Bildschirm ist aus. Gott. Ich bin da schon stolz. Hey weg siehst du mich? Guck mal. Äh. Was habe ich gerade gekauft? Nichts. Jetzt hast du ein MP gekauft. Das ist. Oh perfekt. Okay. Ich muss mein Bildschirm an. Bildschirm? Bitte? Nein. Oh lol. Ich dachte wir gerade hätten Molly geworfen. Okay. Ich kann nicht nur was kaufen. Äh. Die sind schon auf A. Ey gib mir ab. Ich bin da. Die sind schon extra durch. Ich bin nicht viel gekauft. Bro. Zwei Leute schnackt schon durch. Ich bin da. Ah fuck. Bumpe auch da. Oh Gott. Tetris. Tetris noch einer. Ich habe einen gekillt. Na ja. Einer ist immer noch einer. Killed ist. Einer covers oben. Nicht abs. Das war auch lustig. Warum war mein Bildschirm aus? Ich bin aufm Knopf gedrückt. Nee, nee, ich hab mich kurz bewegt und plötzlich war der Bildschirm aus. Umkabel, Kabel am Rektar. Ja ich mein jetzt geht er wieder, ich glaub es war einfach noch nicht fest genug drin und hat sich irgendwie gelockert durch meine Zentimeterbewegung. Begin A oder? Okay. Einfach drauf? Wir warten hier eh alle gut, die sehen ja wo wir hinkommen. Schön. 100 Warn. Noch einer, das geht die? Okay ich bin down. Bombe liegt am Spot, hat noch nicht gelegt. Ich leg die Bände. Oder auch nicht. Alter, der Glock ging gut rein ey. Guck mal, jetzt caught er den Aim-Bot. Die Blätter haben sich gedreht. Die Blätter, ja. Die Blätter haben sich gedreht. Alle. The Leaves have turned. Wer kennt das nicht? Ja. Die Blätter. Ja. Die Blätter haben sich. Wo hast du den Kopf? Alter, was ist das denn? Das war ein super Fehlbein. Er ist also B. Hat er wirklich angefangen zu weinen. Hat er gerade geschrieben, der Mikro hat angefangen zu weinen. Ich zieh mich ruhig hier auf B, das gefällt mir nicht. Ja, das Fenster ist dann noch zu. Hä? Okay. Da kann man übrigens auch durchspringen, wenn man es nicht aufmacht, ne? Ja. Ja, aber wer macht sowas? Äh. Das macht viel Spaß, aber ich muss sagen. Ja. Window kommt, Window. Was hat er denn da? Ich glaub, wir in den Necke fallen. Oh. Bei dem Srett auch genauso ein Line of Sight, dass man alle sterben. Letzter von hinten. Hab ich. Letzter von, also oben Epps. Letzter Epps. 2, 1. Der hat sich eigentlich die Waffe kaufen schon. Der hat Waffe gegrabt. Der Neckef kostet 2k. Der Neckef ist doch super günstig. Ja. Und effizient, wenn die Leute reinlaufen wie wir. Aha. Wie du gestrackt. Genau, wir standen die ganze Zeit an der Ecke. Ja, warum hat er nicht so getroffen? Weil er auch rumgekommen ist. Das war keine Absicht. Also war wirklich nicht. Ja, war keine Absicht. Nee, ich hatte wirklich daran... Ich hab prediktet, dass er... Weil er wurde ja Epps gecallt, aber er war da nicht mehr. Dass er Mitte geht. Mhm. Um vielleicht noch einen von uns abzufangen. Und dann hab ich da einen Trottel rumhüpfen sehen. Dachte ich, das kann nur Bots. Ja, okay, okay. Das war Mister Rennen. Ja, dachte ich. Ja, ups. Ja, weil dieser ausgefeiltener Klick. Ich hab die Erklärungen. Die wahrscheinlich in der selben Sekunde erfunden wurden. Ja. Ich hab die. Links. Warte mal kurz, dass der Molly weggeht. Kommen wir jetzt mit der Bombe. Einer schott. Einer schott. Ist schon... Ist schon am näher kommen. Ja, aber... Ja, oder auch nicht. Stimmt Epps. Wieso wollen die den Cheetah kicken? Ja, dass der in Freifahrtschein. Meiner, Cheetah ist gerade... Cheetah ist gerade eigentlich auch letzter. Wie ist das passiert? Ja, der ist Windhoff. Ich weiß auch nicht, ob die kicken wollen. Ich glaube, weil der gerade ansagt, wo die Gegner sind. Ich glaube, deswegen ist der eine... Der erste vorhin schon gegangen. Das ist Mental Warfare. Ja, ne? Das ist der erste Schritt zum Sieg. Einfach... Die Gegner müssen internes Chaos haben. Ja, das ist immer schon gut gewesen. Wenn du... Stress in die Gegner schon reinbringen kannst. Oh, ja. Den Fokus vom Spiel wegnehmen und auf... Unwichtige nehmen. Schatten. Dinge da. Aufs Schatten fokussieren. Ja, das genau, das genau. Der wirft sicher wieder einen Molly hier vorne. Ich habe einen Rauch dran. Ist kein Molly gewesen. Wir machen den Gabby für Molly. Jetzt bin ich traurig. War kein Molly. Ah. 50. Das hat gerade das Fenster aufgemacht, glaube ich. Nein, der Smoke ist ganz gut. Kommt der von hinten oder was? Oh. Oh. Er jumpt hier die ganze Zeit hin und her. Schieß ihn doch mal in den Kopf. Warte, warte ich. Ich mach mal kurz. Oh, dem da... Ja, lol. Er hat mir in den Kopf geschossen. Gens, ich war da nicht eine Market-Karte? Wie eine Preiche? Äh, Shorten müsste was... Ja, jetzt springt er runter. Der kommt aber, glaube ich, auch Shorten noch. Da war das zweite Leben. Ja, äh... Wir haben nur darauf wartet, ey. Das ist... Äh... Ist da noch nicht übergekommen? Was ist da passiert? Da haben wir von Counter-Strike zu spielen, ja? Wenn du dich von einem holen lässt, der vorher schon drei Leute erschossen hat. Hallo? Danke. Ich spür hier ein bisschen Negativität. Oh shit, das war meine... Jetzt komm ich nicht in die Mitte. Jetzt bin ich zu ganz und tot. Ah, da ist niemand. Da ist echt keiner. Hören uns jetzt alle von Arzt schon. Ein Bruch über meiner. Ist dir sicher? Einfach drauf halt, irgendwo rein. Aber klar. Es ist zu ruhig. Es ist zu ruhig. Oh mein Gott. Und jetzt beeilen, Leute. Los. Ja, es steht Jungle. Und geht Fenster raus wahrscheinlich. Ja. Da ist noch einer. CT. Das war ja klar. Ja. Nein! Was? Ich hatte die Runde Kopfschule gewonnen. Ich geh nur noch Monster zu irgendwie von irgendwo gerade. Was ist denn jetzt auf einmal los? Also du wurdest sogar assisted. Ja, ja. Ja, klar. Du hast zu mir. Und dann, wie soll... Da war doch klar, dass C kommt. Ich dachte, da kommt einer hin. Der hat auch ewig gebraucht. Ich konnte abbrechen. Ich konnte fast noch schießen. Fast. Ja, wir verschenken zu viele Runden. So gut sind die ja nicht. Und die sind zu viel. Ja, und selbst wenn er chillt, hat er zehn Fracks weniger als ich. Okay. Hat ge... Ah, das war ne Flash. Das ist nichts. Nochmal. Rechts ist noch einer. Alter, ich glaube, ich habe nicht einmal gegessen. Wer ist... Was ist das? Ich kriege jetzt nur noch rein gerade, ne? Alter, ich habe... Ich kriege nur noch Flickshots gerade ab. Ich habe eine 25 weggenommen. Okay. Das ist jetzt mein Leben. Das gehört nicht mehr dir. Das nehme ich dir weg. Wenn das gerne schon, ja? Wir müssen nur die richtigen Abbiegungen nehmen. Welche denn? 4 zu 4. Das ist die richtige Abbiegung? Richtig. Wächst das Navi. Das ist doch ein Roster, oder? Die Abbiegung. Ja, ja, ja. Später dann, aber erst. Hier ist Feuer. Jetzt nicht mehr. Ich bin down. Es steht einer auf der Barrel 150. Mhm. Nein, da ist doch einer. Irgendwo. Ich bin draußen. Oh, schon wegs. Stimmt. Oh, okay. Window, Window steht. Auf dem Spot noch. Gut, hat wegs. Window down. Wo gehts noch einer? Äh, wegs. Wo ist noch einer? Keine Ahnung. Warte, ich check mal oben. Ja, oben steht. Hat noch 50, 40 AP. Oh, die hat glaube ich gesessen. Hast noch 39 AP. Wunderbar. Ganz genau, ja. Ich hab ihm einen Damage gegeben. Das war die richtige Abbiegung. Du hast ihm echt einen Damage gegeben? Mhm. Durch die Wand, oder was? Ich bin tot gewesen. Ja, die Nate kann immer abgeprallt sein. Geht eigentlich voll rein. Hab ich gedacht. Ja, ja. Also ich hab so einen Sound gehört. Aber mittlerweile weiß man nicht mehr, welche Sounds für Basszählen in CSG gemacht. Das gibt ja bald neue Next Shot Sounds, ne? Nein, neue? Ja. Next Shot gab's ja noch nicht. Du machst jetzt einen Head Shot, wenn du jemanden in den Nacken schießt. Das hattest du ja vorher immer das Problem. Ja, haben drei gleichzeitig gepiekt. Kannst vergessen. Gucken alle oben rein. Einmal Rechtsholz, einmal Treppe und Jungle. Ja, das war meine Stairs. Holz? Dann raus, langsam mal, Alux. Noch meine Stairs. Das war nicht dasselbe. Hast du gesehen? Oh. Der ist dir reingesprungen. Du hast ja nicht mal reagiert. Habt ihr den? Ja. Aber ist okay. Bange müsste eigentlich nur eine sein. Äh, Connector. Connector letzter. Ja, schau. Vielleicht verstehe. Sind's ja fehl noch. Er hat den Vorteil, ne? Ihr müsst warten, bis er da rauskommt. Wex, du hast grad nicht mal reagiert. Du hast agiert. Du hast geschossen. Der ist hochgesprungen. Ja, das war ja nicht. Das ist kalkuliert, okay? Kalkuliert. Drop, Marvin. Aber war ja nicht schlecht, ja? Was? Donner-Trop plus, äh, Abstand. Vielleicht hat's schon. Luck plus Luck. Ja, ja, okay. Vielleicht Luck. Wo ist denn der coolste Typ da eigentlich hin, da? Der eine? Äh, der ist gegangen. Der hat abgebrochen. Ja, der ist Mittagessen. Ich geh davon aus, dass der erste gegangen ist, weil er eben eine anhatte. Der hat keine Bitches bekommen. Hat dafür jetzt aber eine Down-Rack. Keine Bitches? Äh, Fenster ist zu auf B. Könnte also sein, dass die keiner ist. Fenster ist einer? Ist einer Piecher? Ja, ich wurde geflasht, wahrscheinlich wieder von uns, oder? Nein, ich hab keine in der Hand gehabt. Ne, meine war schon lange. Also, no. Oh fuck, Entschuldigung. Ich steh im Weg. Oh, da schließe ich jetzt einfach weiter. Bei dir eine ist. Oben, oben. Hier ist alles gesproken. Ich sehe nichts. Wo ist hier was? Habt ihr den aus... Ne, den Apps habt ihr noch nicht. Jetzt habt ihr ihn. Einen shorts. Schön. Und Kirchen! Wunderbar! Oh, ne hübsche Waffe. Nicht mehr! Ne, 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 ne. Toll! Du machst jetzt... Ich sag immer die Hacken rein bei 14. Ich sag es euch, sie machen richtig an. Nein, sag sowas nicht. Das ist schon Project Rage, ja? Ja, ich glaube, der Name passt auch dazu voll, weißt du? So kurz beim Verliehen richtig reinhacken. Und das 15-16 machen. Äh, 14-16 machen. Menno, will das schon immer noch keiner? Weiß nicht, ob die den abgezogen haben oder was mit dem los ist, aber... Schön, der ist richtig weggelackt. Da ist noch einer unten, der hat mit K. Ah! Ja. Nein, einer ist... ...window drin. Das Jungle kommt wahrscheinlich auf B. Zwei auf B noch. Oh, einer... Bank auf B3. Ah, no. Da war eine 3 drauf, oder? Ah, ich habe Project Rage auf dem Leben genommen und dann wurde ich auf dem Leben genommen. Hm. Oh, jetzt geht's los. Alex hat dann einmal droppen. Jetzt geht's los. Alex droppt einmal, dann ist gut. Okay. Er macht dann, wenn er erst, äh, wieder seine Kopi-Pasta spammen darf. Ich glaube, Alex kann kaufen. Oder droppen. Hab ich schon. Ha! Oh, sind das 3-Mails? Stimmt. Jetzt wird reingehackt, Leute. Macht euch bereit. Ja, ist das jetzt an der Tankenschippe sprechen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Vielleicht die tankische Besprechung, wie hoch man den Able einstellt. Ja. Welche Einstellung genau. Ja. Wir sind heute positiv. Die besprechen sich jetzt, dass sie eigentlich downranken wollen und fangen an gegenseitig umzubringen. Richtig. Und dann werden sie von uns noch wegen Griefing reported und dann gebannt. Dafür, dass sie uns das Match schenken. Das hat sich schon fast so wie ein Märchen. Ja. Für mich hört sich das an wie der MG-Draum. Oh mein Gott. Alles klar. Was denn? Wir haben den Alexi-Karten-Videos angeguckt. Blün. Und jetzt hacken sie das Recht weg. Ja, ja. Wo gehen wir denn hin? Vielleicht kriege ich den bei B, wenn er jetzt springt am Anfang. Ich renne vor. Ich renne vor. Ich renne vor. Ich glaub ja nicht. Windows steht glaub einer. Habs nicht gesehen. Ja, ist einer auf dem Spot. Einer ist auf dem Spot. Und der gibt mir. Ich bin ultra low. Hinter der letzten Säule war er. Auf der Bank steht auch noch einer mit der Shotgun. Unser Headshot-König, Alter. Jungle. Ich mein Underground. Das war jetzt richtig scheiße. Wir geben Jumpscares. Pass die auch nach hinten auf? Einer von dem muss ein Wallhack haben, ey. Können wir zeitgleich hier gerade raus. Hinter dir kommt einer, Alex. Hinter mir oben? Ebs, ja. Also da bin ich gestorben. Wer ist denn Lila? Er ist Küche. Er ist Küche. Er ist Küche. Er ist Küche. Das war ein Kampf. Ich drück die auf. Sehr schön, ja. Retarded die Mammes. Ich hab zuerst gedacht, dass Gründer noch die Bütter wäre. Die Bütter wäre. Ich bin dahin gelaufen, aber ich wollte halt nicht zu laut sein. Glauben hab ich grad wärst du zuerst. Ne, ne. Also vielleicht hätte ich... Ja. Ich denk der hat Short abgelehnt. Hier nehm die Mammes. Äh, wie, wer? Ich hier? Der zu mir geguckt. Ja. Keine Ahnung. Irgendwo. Der hat mich auch erschossen. Wieso macht einer immer das Fenster bei Jungle auf? Einer ist bei uns hier. Er hat gesehen, dass der Sniper hat, deswegen wird er nicht nochmal springen. Ich geh. Ok, dann fass ich hinten auf. Da ist Smoke. Ok. Gott, erschreck mich doch nicht so. Irgendwie, ich seh... Ah, mit ist gar nichts los. Ah, so wieder. Schön. Alter, dem... Der springt immer, wenn ich grade ne Granate werfe. Ich mach auch mal nen Nade. Oh, das war ne super... Da kann er ja jetzt ja auch nicht mehr springen. Na doch, die liegt zwar schon. Jetzt hat er wieder gesprungen, weil ich weggegangen bin. Er hat es viel zu tief. Ich bin zu alt für. Ist mit 29 nicht mehr möglich, der Schuss. Herr, ich schau grad zu, was ich hier für Wunder mache. Hast du grad auf mich geschossen, Wax? Hey, ich hab auf dich geschossen. Der A ist gut. Ok, die sind auf B, die sind auf B, beide. Anders Connector, Anders Connector. Kann nicht sein. Der A Connector war doch grad durchgelaufen. Kann nicht sein. Beide auf B. Da ist ja nicht mehr gegnern gesagt werden, als existieren. Oh oh. Ja, der steht übrigens zum Markt. Alex Teamflasher Grunde. Sorry, dann war das wirklich Alex. Ich hab grad die drei schönsten Headshots gemacht. Ja, die ich jemals gemacht habe und keiner konnte zuschauen. 8500 Spiel ist schon echt schwach. 14 Leute, 14. Ich hab 3500, ja. Demos. Ja, du hast das Spiel angelassen. Wie manche andere Leute das auch machen, um Spielzeit zu pushen. Einfach mal über Nacht laufen lassen. Und jetzt leuten das nicht. Ja, aber du hast 8500 gesagt. Sonst idolst du deinen Steven Count. Ja, der ist gesprungen. Ey, wo ist er hin? Der war doch grad da vor mir. Könnt ihr eh der Window sein? Ja, habt ihr hier irgendwo sein? Window. Wow, what? Windows raus, Leute. Läuft. Das ist ein Massaker. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Ich hab ihn nicht einmal getroffen. Wir fangen an. Was geht los? Ja, was denn? Das war sowas von unkoordiniert von uns. Ja, außer der Zweifel, als die instant mit der Liga gestorben sind. Ja, aber ihr habt ja auch danach nicht Milo geguckt. Das war doch ziemlich... Ja, ja. Ja, aber da haben wir reingeschossen. Also ich kann mir nix kaufen. Ja, da hab ich auch reingeschossen in die Smoke. Und nix getroffen, weil sie da nicht waren. Auf geht's. Gibt kein Draw. Es gibt aber ne Echo jetzt anscheinend. Nee. So. Ich mach ihm kein Geld für ne Echo. Äh, was? Machen wir was, nix. Ich hab... Hallo? Ich hab mehr als die letzten zwei Jahre gemacht, ne? Alter, er geht mir durch den Warnschritt. Ja. Haben wir was angemacht. Ach. Ich kann das Jungle? Ja. Hier oben ist scheiße mit AWP schon. Liegen wir vor. Halt. Einer wird unterhalb sein. Ah, der ist schlauer als ich. Einer ist der. Ja, das glaub ich auch. Von hinten da, du von hinten. Okay, das war der Bot. Alles gut. Und jetzt geht auch weh. Bei mir nicht sicher, ob ich irgendwie ein Schattenbewegung bei Fireboxes gesehen habe. Der ist oben. Der Biso gekauft. Hier kommen wir dritte. Bitte nicht spreaden. Eine Minute haben wir noch. Nicht spreaden. Ich will hier nicht hoch. Ja, wir müssen auf A rauf. Rüber kommen wir nicht mehr mit. Ja, ist Fireboxes. Surprise, surprise. Schön. Einer ist auf Stairs. War das der Stairs? Ja. Von CT. Infiltriert und exklimiert. Auf geht's. Haha. Bison Shit Player. Hat der grad den Bot beleidigt oder was? Ne, ich hab grad... Achso, ja. Der Bot hat die Biso. You are so bad. I am no. 100% boosted shit. Sehr schön, sehr schön. Wer hat das geschrieben? Das war der Miko. Darkstalker. Ich find's aber auch geil. So 19, 21, so... Ja. Du bist aber nur Buße mit 33, 22. Aber go on Stairs. Ich hab ihn... Weil ich ihn wieder Biso gekillt hab. Ja. Alle anderen machen wir gut gewesen. Ne, Biso nicht. Ja. War die mal mit ihrer Auto-Shotty. Schön. Ja schön. Was ist da hinten? Der... ... ist durch. Ja, ich glaub irgendwie da direkt rein. Hinter mir ist noch einer. Irgendwie ist einer auf dem Spot oder so. Ist das da oben? Der auf dem Spot? Ja, am Car. Am Car. Leute. Am Car. Jetzt hört doch mal zu. Er ist am fucking Car. Hinter euch. Der hat mich auch gekillt. Was ist denn? Leute. Alter. Wie konnte der eigentlich noch am Car stehen? Der ist nicht am Car gestanden. Der ist von hinten gekommen. Ich bin über Car gelaufen, da war keiner mehr unten drunter. Jetzt glaub ich aber aufwechsel. Boosted. Alter. Wie hast du das denn geschafft? Ich? Okay. Ja. Da waren noch 30 Jahre im Kitschen am Leben. Ja. Und die sind doch uninteressant, wenn einer hinter uns steht und alle abstechen kann. Aber es waren auch die anderen am Leben. Ja. Die alle das Car nicht kannten. Ja. Das war so Car. Keiner geht und guckt. Aber Leute. Warten trotzdem wie immer 1515. Ja. Wie jede Runde. Wenn es euch gefallen hat. Das liked euch mal vorbei. Das war so basic, ja. Ja. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. 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 Tschüss.